Mega, super organisiert. So eine Veranstaltung gibt es nur einmal. War top Veranstaltung, gut organisiert alles miteinander, muss ich sagen. Einer für die besten Cups war bis jetzt war. Die war geil, Thomas und sein ganzes Team hat es wirklich krass organisiert. Der Big Fish Cup war wunderbar. Ich bin definitiv das nächste Mal wieder dabei. Der Big Fish Cup war wirklich top Veranstaltung. Der Big Fish Cup war wirklich top Veranstaltung. Gratuliert dem Carpant und Co-Team zum ersten Platz. Jetzt dabei sein und Startplatz sichern für 2024.